Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Und ich möchte Dir heute einen Impuls geben, der mein Leben total verändert hat und vor allen Dingen ein Werkzeug mit an die Hand geben, dass wenn Du es wieder ganz bewusst in Deinen Alltag integrierst, dass sich dadurch Dein Leben komplett verändern kann. Dieses wichtige Werkzeug ist eines der wichtigsten Werkzeuge Deines Geistes, nämlich Dein Fokus. Und ich behaupte mal, dass neben der Vorstellungskraft, also neben der visuellen Vorstellungskraft, die wir eben haben, die uns komplett unterscheidet von der Tierwelt, weil wir uns mental visuell Dinge komplett vorstellen können, also sie bewusst visualisieren können, ist der Fokus nicht nur ein Geschenk, sondern wirklich das wichtigste Werkzeug neben dieser Imagination der Visualisierung unseres Geistes. Das große Problem ist aber, dass die wenigstens noch können. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so einfach, sich ja so zu fokussieren, sich nicht ablenken zu lassen, denn momentan leben wir in einer Welt, die von Reizen nur so überflutet wird. Und diese ganzen Mails, die jeden Tag reinkommen, das Handy, das dauernd in die Hand genommen wird, diese ganzen Social-Media-Posts, aber auch diese ganzen Dinge, die man glaubt, gleichzeitig tun zu müssen, die sorgen einfach dafür, dass unser Gehirn permanent gewohnt ist, abgelenkt zu werden. Und da kommt da nochmal ein Telefonat rein und da wird man nochmal abgelenkt, dann gibt's da nochmal irgendwas und so weiter. Und das Verrückte ist ja auch, dass mittlerweile Menschen glauben, dass es normal ist, die Dinge gleichzeitig zu tun. Also man schaut sich zum Beispiel einen Film an, sagen wir mal bei Netflix, guckst du dir gerade deine Lieblingsserie an und parallel dazu wird noch ein bisschen im Internet geschoppt und so weiter. Ich habe jetzt vor kurzer Zeit auch gehört, dass es mittlerweile schon so weit ist, dass selbst Menschen beim Sex ihre Handys nebendran haben und die eben auch nicht im Flugmodus, sondern wenn da ein Anruf kommt, ach, da geht man nochmal eben dran. Also ein bisschen komisch ist das schon, aber man sieht eben auch an diesem Beispiel, ja, man ist irgendwie omnipräsent und man hat vollkommen verlernt, zumindest ganz viele Menschen, einfach mal sich wieder komplett auf eine Sache zu fokussieren. Und wenn man das kann, hat das enorme Vorteile. Warum? Weil du ganz einfach viel, viel mehr, ja, Leistung erzielen kannst, beziehungsweise bessere Resultate in dein Leben ziehst und du erfolgreicher wirst, erfolgreicher Dinge umsetzen kannst, weil du gelernt hast, dich eben auf eine Sache zu konzentrieren beziehungsweise zu fokussieren. Und mach doch einfach mal eins. Schau dir doch einfach mal deine linke Hand an. Vorsicht, wenn du jetzt beim Autofahren bist, dann achte wirklich darauf, dass du nur die Hand am Steuer lässt, aber dass du wirklich nur mal auf die Hand schaust und konzentrier dich doch mal auf diese Hand. Parallel dazu, wenn du jetzt auf deine Hand geschaut hast, hast du da deine Ohrläppchen wahrgenommen? Hast du parallel gefühlt, wie sich deine Kopfhaut anfühlt? Nein. Du hast weder auf die Geräusche noch auf die Temperatur geachtet, die jetzt gerade deine Fußzehen verspüren oder wie sich deine Fingerkuppen anfühlen. Und hier siehst du, dort, wo du den Fokus hinlenkst, also dort, wo du quasi bist mit deinem Geist, mit deinen Gedanken, dort lenkst du die Aufmerksamkeit wie ein Laserstrahl hin und nimmst die anderen Dinge in diesem Moment eben nicht mehr wahr. Das heißt, du kannst es trainieren, du kannst es üben und zwar egal worauf. Es liegt an dir, worauf du dich wieder lernst zu fokussieren. Genau das Gleiche ist eben auch beim Atmen. Wenn du mir jetzt zuhörst und du hörst jetzt gerade diese Worte, die ich spreche, achte doch mal, wie du dabei langsam ein- und langsam ausatmest. Und den ersten Tipp, den ich dir heute geben möchte in diesem Healthy Shot ist, probiere mal wieder im Alltag spielerisch Dinge zu tun, wo du lernst, dich eine Minute lang auf eine Sache zu fokussieren, die du sonst nicht im Fokus hast. Wie zum Beispiel das bewusste Atmen. Wie fühlen sich deine Fingerkuppen an? Wie fühlt sich deine Kopfhaut an? Wie fühlen sich deine Ohrläppchen an? Nicht nur für einen kurzen Moment, sondern den Fokus auf etwas zu lenken. Und es gibt ja mittlerweile Stoppohren, die kann man sich im Internet wie als App runterladen und du nimmst einfach deinen Timer und gönnst dir einfach mal wieder eine Minute lang, dich ganz gezielt auf deine Atmung zu fokussieren. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kommt die größte Hausaufgabe und das habe ich mehrfach in meinen Alltag integriert, denn wenn ich an Aufgaben sitze und ich wünsche mir, dass ich eine Aufgabe fokussiert zu Ende bringen kann, dann stelle ich mir dafür den Timer und sage mir ganz bewusst, so die nächsten 30 Minuten mache ich diese Sache jetzt komplett fokussiert zu Ende. Und diesen Timer stelle ich mir, damit mein Gehirn lernt, 100% den Fokus auf diese Sache zu lenken. Das heißt, du bündelst deine Aufmerksamkeit wie ein Laser auf eine bestimmte Sache. Und im Übrigen, das was auf Positives geht oder was man auf Positives ausrichten kann, vom Geist her geht eben auch auf Unangenehmes beziehungsweise auf Negatives. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen so viele Probleme haben. Denn wenn du fokussiert abends vorm Fernseher sitzt und schaust dir fokussiert eine negative Sendung an, dann wirst du wie ein Magnet das aufsaugen und dein Geist, dein Fokus richtet sich eben auf das Negative. Und je häufiger du dir eine Sache anschaust, je mehr du diesen Geist auf etwas ausrichtest, fokussierst, desto stärker wirst du das im Übrigen auch in deinem Leben sehen. Übe dich darin, deine Aufmerksamkeit wie ein Laser zu trainieren. Im Alltag kannst du das spielerisch machen, wie ich das gesagt habe. Mal konzentrierst du dich auf die Kopfhaut, mal auf deine Fingerkuppen, mal vielleicht einfach nur, wie sich deine Muskeln im Rücken anfühlen. Du lenkst deinen Fokus auf bestimmte Dinge, an die du sonst nicht denkst. Du übst es spielerisch im Alltag und dann setzt du dir Aufgaben. Und zwar diese Aufgaben, die du gerne in die Umsetzung bringen möchtest. Du nimmst dir das nicht nur vor, sondern du stellst dir vielleicht auch einen Timer, eine Stoppuhr und sagst, okay, du gönnst dir jetzt dieses fokussierte Arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, boah, das fällt dir so schwer, weil du einfach irgendwie verlernt hast, dich dann wirklich so zu konzentrieren, dann hab Geduld. Denn deine neuronalen Verbindungen, man nennt es Neuroplastizität, kannst du trainieren. Und im Übrigen ist das Gehirn das einzige Organ in deinem Körper, was du komplett formen kannst. Und Fokussierung lässt sich eben auch trainieren. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Anwenden eines der wichtigsten Werkzeuge deines Geistes. Ich wünsche dir, dass du ganz fokussiert die Herzensthemen in die Resonanz bringst, die du dir von Herzen wünschst, damit du ganz, ganz, ganz viel positive Energie dadurch gewinnst. Und ich hoffe, dass dir dieser kleine Impuls gefallen hat. Einen wunderschönen Tag für dich von Herzen. Deine Kerstin Deine Kerstin Vielen Dank.